In diesem Video geht es um die Band The Grateful Dead. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Gründung bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Die Grateful Dead war eine amerikanische Rockband, die im Jahr 1965 in Palo Alto, Kalifornien, gegründet wurde. Ursprünglich hieß die Band The Warlocks, aber sie änderten ihren Namen bald. Die Gründungsmitglieder waren Jerry Garcia, Bob Weir, Ron Pickpen McKernan, Phil Lesch und Bill Kreuzmann. Die Musik der Grateful Dead ist eine Mischung aus Rock, Folk, Blues und Country. Die Band ist auch bekannt für ihre ausgedehnten Jam Sessions, bei denen die Musiker oft improvisierten. Diese Improvisationen machten jedes Konzert einzigartig. Die Fans der Grateful Dead werden als Deadheads bezeichnet. Sie sind bekannt für ihre Treue und dafür, der Band auf Tour zu folgen. Viele Deadheads tauschten Konzertaufnahmen aus und schufen eine eigene Subkultur. Die Band ist oft mit der Drogenkultur der 1960er und 1970er Jahre assoziiert. Psychedelische Substanzen wie LSD hatten Einfluss auf die Musik und die Live-Auftritte der Grateful Dead. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass nicht alle Bandmitglieder oder Fans Drogen konsumierten. Die Grateful Dead waren vor allem für ihre Live-Auftritte bekannt. Sie haben jedoch auch mehrere Studio-Alben veröffentlicht, darunter Working Man's Dead und American Beauty. Diese Alben gehören zu den Klassikern der amerikanischen Rockmusik. Eines der technischen Highlights der Band war das Wall of Sound, ein revolutionäres Soundsystem. Es wurde entwickelt, um die Klangqualität bei Live-Auftritten zu verbessern und bestand aus zahlreichen Lautsprechern und Verstärkern. Jerry Garcia, der Frontmann der Band, starb 1995. Sein Tod markierte das Ende der Grateful Dead in ihrer ursprünglichen Form. Garcia war nicht nur als Musiker, sondern auch als Songwriter und Sänger bekannt. Nach dem Tod von Garcia gingen die übrigen Mitglieder verschiedene Wege. Einige gründeten neue Bands oder Projekte, die die Musik der Grateful Dead weiterführten. Zu diesen Projekten gehören Bands wie Firthur und Dead & Company. Die Grateful Dead haben ein bleibendes Erbe hinterlassen. Ihre Musik wird noch heute gespielt und die Deadhead-Gemeinschaft ist immer noch aktiv. Es gibt auch zahlreiche Archive und Sammlungen, die die Geschichte der Band dokumentieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.